natürlich das ist sehr erfreulich erquickend wieder mal nicht so gar nicht aber egal das können wir noch gebrauchen den Rest nicht die schon wieder fertig jawohl Wasserflaschen da rein die müssen wieder hier unten rein das sind die die bereits eine kleine wirkung haben der Rest natürlich noch nicht aber egal und fertig ja die werden uns hoffentlich das Leben etwas erleichtern und ich glaube wir können gleich mal Zuckerrohr holen da machen wir uns ein paar Speedtränke die kommen doch auch immer mal gut ich meine hier in der Adventure Map da helfen sie auf jeden Fall immer 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 so gut der ist auch fertig die Klinik Lerner Lerner ab Lerner hat Lerner Lerner ja ich weiß ich bin gerade wieder sehr gut aber egal ich gucke gleich mal welche Tränkehunde wir uns machen keine Wirkung keine Wirkung und die wasserneuen Wasserflaschen wieder angehangen hier 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 kommt auf jeden Fall genau hin ja bei den Tränken gibt es ja viel Auswahl also mit Zuckerrohr zum Beispiel Speedtränke oder ja ich weiß gar nicht mehr was sonst vielleicht noch die Wasserflasche auf jeden Fall erstmal weghängen und vielleicht nicht ein Eimer dranhängen weil das käme vielleicht nicht so gut ist glaube ich nicht für so große Mengen gemacht ja ja ich weiß man könnte auch ein Tool installieren das sortiert die Kisten von alleine ich weiß kenne ich schon habe ich auch schon gesehen ne installe ich nicht weil äh ich bin ja nicht so faul hier ja ich bin ja kein Cheater ok Ultimate Fist ja ist so ne Sache aber ne sowas so hier ne 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 also ne 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 so schiefen ne nein das wäre ja wirklich nur das wäre reine Faulheit hier und wir sind ja nicht so faul also noch nicht ne wir äh haben wenigstens ein bisschen äh nicht so faulheit also wir sind ein bisschen nicht faul und dann machen wir wenigstens das mal selber so und wieder fertig nächsten rein ja auf jeden Fall man sieht schon den netherwarzen also da werden wir nicht so viele von brauchen und dann vielleicht ein paar sweetränke gleich mal aus spaß zaubern und sowas und die vielleicht mit redstone verstärken ich glaube wir hatten bisschen redstone ich glaube aber es war nicht viel aber ja gut geht jetzt halt leider nicht anders schade eigentlich aber ich meine dass es nicht anders geht das ist schade ich denke ich vielleicht noch ein bisschen was anderes vorhatte weil so viele folgen haben wir jetzt gar nicht mehr aber ja gut da muss ich jetzt nicht leben leider hm ja oder wir gehen nochmal auf ne minentour können wir auch noch machen rein theoretisch aber komm jetzt äh jetzt probieren wir gleich oder nehmen wir die Tränke und gehen auf ne minentour ich weiß gar nicht mein theoretisch könnten wir auch mal auf ne minentour nochmal gehen hm mir ist immer diese Sachen was man machen soll ich weiß es doch nicht man hm ja auf jeden fall mal nachschauen gleich ich bin da ja wirklich sehr gespannt geschüppern keine wirkung ja das sind die Tränke ohne wirkung mensch ich gar nicht gedacht so und da dürfte auch keine wasserflasche mehr bei sein nee 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 so wir sehen wir haben keine wasserflaschen mehr dafür haben wir jede menge Tränke ich weiß gar nicht wofür wir so viel cobblestone mitgenommen haben wenn wir den eh nicht brauchen naja ja komm wir verzaubern uns einen Eimer ja macht auch so viel Sinn wir zaubern uns einen Eimer auf Level C da haben ich muss gleich übrigens mal folgen veröffentlicht ja tut mir leid ne also gestern habe ich vergessen die Folgen nee gar nicht gestern vorgestern ja vorgestern ne hier sind grad mit dem Aufnahmefieber da muss ich doch wohl mal also sechs Minuten habe ich jetzt noch hab ich in dreiviertel aufgenommen da muss ich die Folgen mal eben veröffentlichen die heutigen da ist ja nicht so viel Arbeit aber ne sollte ich mal machen warte jetzt scheiß Schaf hier man ja gibt gleich einen Pfeil im Hintern steck den Pfeil im Poppes rein Mensch so äh ja äh äh Menschenskinder Menschenskinder ja auf jeden Fall haben wir dann gleich wieder ein wenig mehr aufgenommen als vorher und wir kommen dem Ende auch immer 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 näher wenn ich ehrlich bin also so viel ist ja jetzt da nicht mehr muss ich sagen also wir haben nicht mehr so viel Zeit leider 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 in dieser Staffel aber es wird ja auf jeden Fall eine neue Staffel kommen so viel ist ja schon mal gesagt vielleicht nicht sofort im Anschluss weil ich will auf jeden Fall auf die Version 1.3 warten aber die soll ja angeblich auch jetzt in den nächsten Wochen so langsam erscheinen und deswegen bin ich da guter Dinge so den Cobblestone den wollte ich hier rausschmeißen weil den braucht hier auch keinen den Cobblestone hier so weg damit hm ah ja genau Zuckerrohr für Speedy Tränke so Zuckerrohr für Speedtränke ansonsten müssen wir mal gucken was da noch so ein Trankmöglichkeiten gibt Redstone nehmen wir mal mit da können wir ruhig ein bisschen mehr mitnehmen kommen hier die Hälfte hiervon ja und ansonsten wartet mal ganz kurz ich bin mal ganz kurz die Folgen am Rauslande und wir sehen uns dann gleich wieder so hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft liebe Minecraft-Freunde ja nachdem die letzten Aufnahmen ja ein klein wenig chaotischer waren was daran lag dass ich nicht immer sehr viel Zeit gefunden habe aufzunehmen hoffe ich mal dass wir dieses mal nicht so endlich haben und etwas länger aufnehmen können ich weiß das habe ich in der letzten Aufnahme auch bereits erwähnt und alles mögliche aber ich hoffe diesmal machen wir es auch so so und ich habe wirklich auch ich habe jetzt gerade keinen Plan was wir jetzt noch machen wollen also eins weiß ich jetzt definitiv ich wollte auf jeden Fall mal was ausprobieren gerade und zwar am Braustand besser gesagt ich wollte mehreres ausprobieren ich hoffe wir haben den Rest da hör mal Freundchen du hast hier nichts zu suchen komm geh sterben geh sterben geh sterben gehst du sterben komm ich erschlack dich mit deiner eigenen Hand hier komm Freunde komm 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 gib doch Schnauze komm gib doch Schnauze hey komm komm gib doch Schnauze mein Gott die sind aber auch wehrig ich weiß gar nicht mehr wo haben wir eigentlich unser Schwert verstaut naja egal müssen wir uns auf jeden Fall mal wiederholen das steht fest vor allem werden wir es gleich brauchen weil ich mal was ausprobieren wollte und dafür ja in den Nether muss da sollte man ja gut aus äh ne vorbereitet nicht ausbereitet vorbereitet sein ausbereitet das wäre etwas schwachsinnig ja und deswegen hinab hinab Hupala so jetzt ab hier in die Untergründe gell Prozent ich weiß gar nicht was ich momentan genau machen sollen noch im Let's Play aber ich glaube das habe ich da schon seit Doppelmach mal wieder ja auf jeden Fall vorhatte ich bis jetzt eigentlich noch mal in den Nether und vielleicht in den End zu gehen zum Ende hin aber ich weiß nicht ob wir das so hinkriegen werden ja aber ich meine hauptsächlich im End ganz schön nervig so hier ist unser Braustand hier noch unser provisorischer weil eigentlich müsst ihr den mal woanders sind aber egal so kommen wir jetzt hier erstmal den ganzen Kladderadachi raus das brauchen wir auch nicht mehr so dafür ab mit den äh einfachen Tränken hier rein so und jetzt mit Ande wir sollten uns erstmal Zucker herstellen und den Nether warten die können jetzt hier auch raus hier haben wir ja und jetzt etwas Zucker bitte schön und jetzt können wir uns hier mit den Tränken soweit ich weiß Geschwindigkeitstränke herstellen oder keine Wirkung ja dann müssen wir erstmal warten und wir können aus dem Blaze über uns können wir glaube ich irgendwie Puder herstellen äh Lohnstaub und äh ich weiß aber nicht ob man die fürs Brauen braucht hier die Stäbe oder den Rest das probiere ich jetzt gleich mal kurz aus wenn der fertig ist hier Stäbe wäre eigentlich schwachsinnig ich weiß nicht irgendwas gibt es Lebenstränke und der andere sind Feuertränke weißt du mal ich stelle mir erstmal hier sechs Geschwindigkeitstränke her einfache Geschwindigkeitstränke und dann muss ich einmal ganz kurz nachschauen wartet mal eben so ich hoffe ich habe das Ganze jetzt richtig verstanden aber ich weiß es gerade nicht genau so jetzt muss ich weil ich meine Sachen erstmal ausprobieren und zwar hier Redstone zu äh tun dann müssten wir eigentlich einen verlängerten Trank glaube ich rauskriegen und in der Zeit äh ja rennen wir geschwind doch nochmal zu unserer ah hier links die Monsterfalle ich bin dann auf dem Weg er ist ein bisschen länger gedauert gerade übrigens äh jetzt ist aber sehr laut hier die ganzen Ingame-Sounds die sind sehr 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 laut so jetzt ist es wieder einigermaßen normal ja und zwar brauchen wir jetzt nämlich noch Slime Balls genau und zwar brauchen wir die Slime Balls für ein Feuer Resistenz Trank und dafür brauchen wir Slime Balls äh ja dieses andere komische Blaze Powder vielleicht ein Schwert und äh ja das wollen wir aber nicht für den Trank äh damit machen wir uns ein Magma äh Dinger hier Magma Cream oder wie das heißt und damit können wir dann uns ein Feuer Resistenz Trank bauen wenn ich das richtig verstanden habe weil genau weiß ich das auch nicht war irgendwie nicht ganz so ersichtlich in der Minecraft Wiki gerade komm haut ab ihr Scheißer ihr seid scheiße ja ihr seid scheiße uh das scheint uns keiner zu folgen das wäre nämlich jetzt krank also ich glaube irgendwo hier habe ich die Sachen reingepackt Mensch na super super finde ich das jetzt nämlich gar nicht ey das darf doch jetzt nicht wahr sein wo ist dieser grüne Karackenkacker ist ja sehr super hier also ich freue mich jetzt Freude pur Herr Mensch ja ich kann meine Freude kaum äh Worte fassen ja so sehr freundlich gerade komm wir haben doch noch irgendwo ein Schwert Bogen wo ist dieser Scheißer da nein ich greife überhaupt nicht aus dem Hinterhalt gerade an weil ich Schiss um mein Lager habe jawoll mitten in die Fresse zwischen die Augen der hat schön doof geguckt ja und die Kiste haben mich da geschossen egal äh jetzt nur noch die Frage wir haben kein Schwert mehr ne sehe ich richtig ja sehe ich glaube ich richtig und die Rüstung die ist im ne und so in erbärmlichem Zustand wollte ich jetzt natürlich sagen Gold Nuggets Menschen Nuggets äh ja ja na 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 so was wollte ich denn jetzt eigentlich gerade machen also muss ich eigentlich Drogen nehmen und Dings erschießen ne die brauchen wir ach ja genau Slime Balls wir haben zwar gerade nur viel ganz viel Stück aber mehr haben wir auch von denen nicht also von daher passt das äh so sonst noch irgendwas eigentlich Pfeile nehme ich mal lieber mit ja ein Bogen wäre vielleicht nicht äh nicht ein Bogen ein Dings wäre vielleicht nicht verkehrt ein 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 Schwert ein Schwert Mensch ja ein Schwert das wäre nicht verkehrt wo ist unser Eisen 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 Ich suche Eisen äh wo haben wir unser Eisen also dieses Lager das ist ja hier schon äh sehr suspekt muss ich mal sagen wieder Ach du Scheiße dieses verfluchte Lager ist so scheißen groß Eisen 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 Suche doch bloß Eisen meine Brüssel Wo haben wir denn das Eisen versteckt hier verdammt Eisen 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 Eisen